Bundeskanzler Olaf Scholz spricht der Klimabewegung Ihre Redlichkeit ab, weil er sagt, Sie sind nicht am Diskurs interessiert. Sehen Sie das auch so? Also ganz so würde ich es nicht sagen, weil er sagt die Klimabewegung. Ich würde nicht sagen, alle in der Klimabewegung sind so, aber einige sind so. Und das ist in der Tat das Problem, auf das Sie ja gerade mit dem Thema zustören, nämlich die Frage des Extremismus, das Gerhard Schindler vorhin auch angesprochen hat. Wer sagt, mein eigenes, mein eigener Beweggrund ist wesentlich wichtiger als hier unsere verfassungsrechtliche Ordnung, ist ein Extremist. Wer sagt, also jedes Mittel ist richtig zur Erreichung dieses Ziels, ist ein Extremist. Und diese Besorgnis muss man bei Teilen der Klimabewegung haben, die sagen, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ja, wenn es denn zur Durchsitzung der Klimaziele nützlich ist, aber nein, wenn es nicht nützlich ist. Und diese Sorge habe ich. Diese Sorge habe ich dann, wenn Menschen sich über das Strafrecht hinwegsetzen. Diese Sorge habe ich, wenn Leute sagen, was der Gesetzgeber entscheidet, interessiert uns nicht, weil wenn der Gesetzgeber eine Entscheidung trifft, die nicht unseren Klimavorstellungen entspricht, dann ignorieren wir das einfach. Und das sind Extremisten. Das ist nicht viel anders als der Islamist, der sagt, ach, das Grundgesetz und die von Menschen gemachten Gesetze, die interessieren mich nur dann, wenn die in Einklang stehen mit der Scharia. Und das ist eine Überzeugung, die ich auch bei manchen Klimaaktivisten wahrnehme, da sage ich, bei manchen, nicht bei allen, bei manchen Klimaaktivisten, die sagen, also was der Bundestag da beschließt, das interessiert mich letztendlich nicht, weil das nicht in Einklang steht mit der Natur und mit unseren Klimazielen. Und diese Leute halte ich für gefährlich, sie halte ich für Extremisten. Und das sind Leute, die insoweit gefährlich sind, weil die nicht diese Grundordnung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wollen, sondern die wollen eine Klimadiktatur, wo einige wenige zu entscheiden haben, wie wir uns in Zukunft zu verhalten haben, ob wir Auto fahren dürfen oder mit Lastfahrrädern fahren dürfen, wie oft wir im Jahr mit dem Flugzeug fliegen dürfen, weil die der Auffassung sind, sie haben im Grunde genommen die Weisheit mit Suppenkellen gefressen und wissen letztendlich, was das Beste ist für das Klima und was wir tun müssen, um das Klima letztendlich zu schonen. Und das wollen wir nicht. Das entspricht nicht dem Grundgesetz und auch nicht unser freiheitlich-demokratischen Grundordnung.